1,80 nochmal treiben. Heute nicht, die kommt. Ah, okay. Das sieht nicht gut aus, Chat. Wir sind schon wieder beim Taui-Dawn, Digga. Fuck. 10x6x, Bruder, nur auf die K, oder was? 9 Euro, korrekt. Ja, let's go. Guter Multi, 9x. Come on, Baby, wir machen 20x irgendwo in die Mitte, du Hund. 9x. Fuck, Mann, scheiß Multi, komm, letzter. 9x5x. Let's go, Mann, it's good, Baby. Let's go, Mann. Oh, Mann, 2p rein. Wurde, meine Bitch hat wieder zugeschlagen, Digga. Genau so, Digga. Nicht anders. Let's go, Baby. So muss das laufen. Und zack, wir sind heute wieder bei... Digga, wir sind, glaube ich, das dritte Mal heute auf 3, 4 hochgekommen, Mann. Immer natürlich, das ist verflucht, dieser Betrag, Mann. Und for free ein bisschen daddeln, Digga. Let's go. Wir gehen rein, letzten Ball. Auf den Zweier. Duell natürlich. Gib ihm. All in a nothing, Jet. Das ist das, was ich das Beste kann, nämlich... Comebacks starten, Digga. Come on. Bitte scheiß nicht rein. Motherfucker. 13 Euro, 8 Euro. Okay, jetzt Manni. Yo, come on. Fetter Multi, fetter Multi. 5x. Ah, Schmutz. 10x oder 20x, sowas. 10x. Ah, 9 ist auch okay. Ah, 360. Alright. Wir haben fast Manni back. Oh, der hätte besser connecten können. Oh, 100x. 100x, Baby. Let's go, Mann. Come on, Motherfucker. Wo bin ich, Digga? Wo bin ich? Ich kann die Comebacks, Baby. Ich. Holy shit, Baby. Salut. 3k rein, Baby. Oh Manni, ich lieb's, Digga. Ich lieb's, Jet. Ich lieb's so sehr, Digga, ne? Huh. Ist das gut wieder mal, Digga. So ein schöner Comeback, Bruder. Get it. Oh Mann, Digga. Ist das schön, Bruder. Ehrlich. Mit fucking Ansage, Bruder. Oh shit. Come on. Mach nochmal sowas. 9x. Schade, dass er nicht full macht. Wanted is my bitch, Shad. Das wird immer so bleiben, Bruder. Wenn's einer kann, dann nicht, Bruder. Let's get it. Nochmal 480 drauf. Take it, Bruder. Was für neue Bulle, Digga. Wir bleiben hier. Und wir grind, Baby. Okay, das war's, Digga. 3-8 rein, Jet. Let's go, Mann. Huh. Hast du aber heute einen Kobold entsaftet? Nee, das hat nichts damit zu tun, Digga. Du musst das richtige Mindset haben. Razer hat mich gefickt. Erekt raus. Suck in Wanted rein. Ich weiß, was gut für mich ist. Du musst das richtige Mindset haben. Du musst das richtige Mindset haben.